Um sich online für die Benutzung bei der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt anzumelden, gehen Sie auf unsere Homepage. Dort finden Sie den Link Online-Anmeldung zur Benutzung und klicken diesen an. Für die Anmeldung wählen Sie den für Sie zutreffenden Link aus. Bei Nutzerart wählen Sie Landesbibliothekarische Nutzer aus. Geben Sie Ihre persönlichen Daten in das Formular ein. Bitte geben Sie eine E-Mail-Adresse an. Diese benötigen wir, um Ihnen Nachrichten zukommen zu lassen, beispielsweise zur Abholung bestellter Bücher. Bitte geben Sie Ihren Hauptwohnsitz an. Falls abweichen, benötigen wir zusätzlich Ihre Postadresse. Wenn Sie vor Ablauf Ihrer Mahnfrist daran erinnert werden möchten, dass Sie Ihre entlierenden Bücher zurückgeben oder deren Leihfrist verlängern müssen, können Sie unter Ich bitte um E-Mail-Benachrichtigung zum Ablauf der Leihfrist Ja auswählen. Wenn Sie Nein wählen, erhalten Sie vor Ablauf der Leihfrist keine Erinnerungs-Mail von uns. Zusätzlich können Sie uns bereits jetzt die Erlaubnis erteilen, für Sie ein Fernleihkonto anzulegen. So können Sie Medien, die an der Universitäts- und Landesbibliothek nicht vorhanden sind, aus anderen Bibliotheken bestellen. Sie können die Erlaubnis jedoch auch zu einem späteren Zeitpunkt erteilen. Vor dem Absenden des Formulars müssen Sie die Benutzungsordnung der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt anerkennen. Setzen Sie den Haken und schicken Sie das Formular ab. Damit wir Ihre Angaben überprüfen können, müssen Sie den Scannen eines Ausweisdokuments an ortsleih-at-bibliothek.uni-halle.de schicken. Senden Sie dazu die Vorder- und Rückseite Ihres Personalausweises oder Ihres Reisepasses mit Meldebescheinigung oder die Vorder- und Rückseite Ihres Aufenthaltstitels an uns. Die übersandten Daten werden nicht gespeichert, sondern direkt nach der Überprüfung gelöscht. Wenn alle notwendigen Dokumente eingegangen sind, erhalten Sie eine Erstinformation per E-Mail. Ihren Bibliotheksausweis erhalten Sie anschließend per Post. Sie können somit die Angebote der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt nutzen. Bitte beachten Sie, dass Ihnen als landesbibliothekarische Nutzer die elektronischen Ressourcen nur innerhalb der Bibliotheksräumlichkeiten zur Verfügung stehen. Ein Zugriff von zu Hause ist nicht möglich. Bei weiteren Fragen zum Anmeldeprozess können Sie sich jederzeit an ortsleihe-at-bibliothek.uni-halle.de wenden. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020